Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Josco Fitness Podcast Folge, in der wir heute wieder den Rücken thematisieren wollen, aber auf eine ganz andere Art und Weise wie in der Vergangenheit. Und deshalb freue ich dich auf die kommenden Minuten mit der Steffi, in denen du ganz sicher erfahren wirst, wie das Becken und vor allen Dingen der Beckenboden mit dem Rücken zusammenhängen. Du erfährst, wie du durch dein Beckenbodentraining speziell deinen Rücken kräftigst und entlastest und vor allen Dingen, warum du häufig in deinen Alltag einen Hüftschwung einbauen solltest. Das ist der Josco Fitness Podcast. Hier erfährst du, wie du mit Leichtigkeit und Freude gesund und fit bleibst und das auf eine ganz neue Art und Weise. Mein Name ist Tim Josco und seit über 43 Jahren betreiben wir im Familienbetrieb einen der renommiertesten Fitnessclubs in Deutschland. Diese jahrelange Erfahrung aus der Praxis fließt hier in den Podcast für dich. Freu dich also auf informative Experteninterviews zu den Themen Gesundheit und Fitness mit den besten Tipps und den größten Mythen und auf motivierende Gespräche mit ganz normalen Menschen, die ihre Trainingsziele erreicht haben und finde heraus, wie sie es geschafft haben. Das alles kombiniert mit viel Hintergrundwissen zu Training und Ernährung und lustigen Storys aus dem Fitnessalter. Ja Steffi, ich freue mich sehr, mit dir dieses Thema zu besprechen. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke, ich freue mich auch sehr. Vor allen Dingen, weil es ein für viele so bekanntes Thema ist, der Rücken. Wir haben es auch schon oft thematisiert im Zusammenhang mit muskulären Ansätzen oder auch mit faszialen Ansätzen, also das Muskeltraining und das Beweglichkeitstraining. Und jetzt aber aus der Sicht des Beckenbodens. Und das ist ein ganz spannender Ansatz. Und da bist du natürlich prädestiniert dafür als unser Beckenboden-Profi, mit der Karin. Mit ihr habe ich auch schon einen Podcast zum Thema Beckenboden gemacht. Und mit dir jetzt eben diesen Zusammenhang Beckenboden und Rücken. Das finde ich unglaublich spannend. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, wie du diesen Zusammenhang herstellst und wie du eben dann auch Tipps am Ende formulierst, wie ich diesen Hüftschwung, da bin ich sehr gespannt, wie ich damit meine Rückenschmerzen ein bisschen lindern kann oder vielleicht sogar meinen Rücken insgesamt entlasten. Das glaube ich gerne, dass der Hüftschwung von Interesse ist. Den behalten wir uns aber noch ein kleines bisschen auf. Bis zum Schluss. Ja, den behalten wir uns bis zum Schluss auf. Denn dafür brauchen wir so eine kleine Vorgeschichte eigentlich, um den dann auch wirklich nutzen zu können für unseren Rücken. Super, dann lass uns doch ganz von vorne anfangen. Gerne. Beckenboden und Rücken. Also wie gerade eben schon gesagt, für viele ist der Zusammenhang Rücken und Rückenmuskulatur, Bandscheiben und Rücken, so alles, was da hinten ist, der ist für viele naheliegend. Und dir war jetzt aber wichtig, den Zusammenhang Beckenboden und Rücken zu thematisieren. Wie passt Beckenboden und Rücken zusammen? Das passt dahingehend zusammen, dass der Beckenboden und unser Rücken zusammenhängen. Auch anatomisch zusammenhängen. Denn wir wissen, dass der Beckenboden die unterste muskuläre Schicht in unserem Becken ist. Das kennen wir alle. Und diese Beckenbodenmuskulatur ist aber über das Becken durch bindegewebige Strukturen und durch Muskeln direkt mit unserer hinteren Kette, aber auch mit unserer vorderen Kette verbunden. Also der Beckenboden verbindet den Rücken oder die Rückseite mit der Vorderseite unseres Körpers. Und darum hat der Beckenboden direkten Einfluss auf unsere hintere Kette und auch auf unsere vordere Kette. Die meisten kennen den Rückenschmerz als zum Beispiel eine Schwäche der Bauchmuskulatur. Das hört man ja relativ oft. Wenn man schwache Bauchmuskeln hat, dann geht es in den Rücken. Da es aber vielleicht auch ein geschwächter Beckenboden die Ursache für den Rückenschmerz sein, könnte daran denken wenige. Und so lohnt es sich doch, den Beckenboden mal genauer anzugucken in Bezug auf den Rücken und Rückenbeschwerden. Also auch jetzt an der Stelle schon, und ich glaube, das geht vielen so, die jetzt auch diesen Podcast wieder verfolgen und unseren Kanal insgesamt, dass wir Beckenboden schon in ganz vielen Zusammenhängen auch dargestellt haben. Und jetzt kommst du ganz klar mit dieser Aussage Beckenboden und Rücken. Ich finde es unglaublich spannend, welchen Stellenwert der Beckenboden im Körper hat. Ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht so klar gewesen. Man verbindet da oft ein Wort, das immer wieder auftaucht, vielleicht in Bezug auf das Älterwerden oder gerade im Zusammenhang mit Schwangerschaft. Aber welchen Stellenwert Beckenboden, unabhängig von diesen extremeren Situationen, wie jetzt zum Beispiel eine Schwangerschaft, welchen Stellenwert der Beckenboden permanent in unserem Körper hat, ist unglaublich faszinierend. Ja, und der Beckenboden ist ein, also erstmal ist es ein unattraktives Wort. Ja, ich finde jetzt Beckenbodentraining ist nicht irgendwie anziehend, nee, gar nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass wir diesen Beckenboden ja auch gar nicht sehen. Und er ist auch leider so ein bisschen schambehaftet durch seine Lage, also es liegt in unserem Intimbereich und somit setzt man sich erstmal nicht gerne damit auseinander. Dadurch wird er aber komplett unterschätzt und in meinen Augen auch vernachlässigt. Denn wenn wir uns unseren Körper anschauen, wenn wir uns unsere Muskeln anschauen, dann ist das unsere Basis. Das ist die Kraft in unserem Zentrum, in unserer Körpermitte. Und ich wage sogar zu behaupten, dass es die Kraftquelle ist, aus der all unsere Bewegung entspringt. Ja gut, das sind sicher auch Erfahrungen, die du in dem Beckenboden-Intensiv-Coaching-Kurs machst, den du leitest. Den hast du mit der Karin zusammen ja aufgebaut. Und dieser Beckenboden-Kurs beinhaltet ja, dass ihr genau dieses Thema ja ein bisschen ausführlicher thematisiert mit speziellen Übungen, die man jetzt vielleicht so alleine auf der Trainingsfläche in einem Fitnessclub nicht macht oder zu Hause vielleicht es gar nicht kann, weil die Anleitung fehlt. Und ich gehe mal davon aus, dass ganz viel Erfahrung, die du jetzt mit dem Beckenboden hast, du auch dort aus der Kommunikation mit den unterschiedlichen Teilnehmern sammelst. Definitiv. Also dort kommen natürlich die Teilnehmerinnen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Also das Thema Inkontinenz ist natürlich immer da, aber wir haben auch etliche Teilnehmerinnen schon gehabt, die eben akut über Schmerzen im Schulternackenbereich oder auch Rückenschmerzen berichtet haben und die gezielt durch das Beckenbodentraining eine Lösung für diese Problematik für sich gesucht haben und auch gefunden haben. Das ist schon faszinierend eigentlich. Ja, das ist faszinierend. Ganz, ganz tolles Thema. Und so unattraktiv es klingt. Es lohnt sich, in ganz vielerlei Hinsicht mich mit dem Beckenboden auseinanderzusetzen. Toll. Was auch irgendwie so insgesamt, ich finde das jetzt gerade toll, weil es auch so insgesamt zu unserem Podcast-Kanal passt. Einerseits natürlich zu den Empfehlungen, die wir hier im Club geben, weil wir den Körper doch ein bisschen ganzheitlich sehen und uns auch nicht nur auf das intensive Krafttraining fokussieren hier im Club, aber finde es eben auch toll, dass es diesen Podcast-Kanal so vielseitig macht. Ja. Und wir eben dieses Thema auch so schön ausführlich besprechen, weil es hat ein unglaubliches Potenzial und vielleicht schaffen wir es mit diesen ganzen Folgen, auch mit der vergangenen, mit der Karin schon, dass wir diesem uncoolen Titel ein bisschen einen coolen Inhalt geben. Ja, das hoffe ich doch ganz, ganz stark. Jetzt nach deinen ganzen Erfahrungen heraus, gerade auch mit deinen Teilnehmern, mit den Kursen, mit allem, mit was du aus der Praxis eben konfrontiert bist. Das ist das Schöne, dass du auf so viel Praxiswissen zurückgreifen kannst und nicht nur theoretisches Wissen. Was ist deiner Meinung nach so die Ursache für beckenbodenbedingte Rückenschmerzen, wenn man so möchte? Die Ursachen können natürlich ganz, ganz vielfältig sein. Ich hatte gerade schon angesprochen, dass der Beckenboden unsere vordere Kette und unsere hintere Kette verbindet und dass der Beckenboden die Basis unseres Körpers ist, ja, im Becken und die Kraftquelle eigentlich für all unsere Bewegungen. Und dadurch führt eine Schwäche oder auch ein Ungleichgewicht im Beckenboden logischerweise zu Beschwerden irgendwo. Und oft äußern sich diese Beschwerden dann zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule oder auch im Schulterbereich, im Nackenbereich oder auch im Bauch. Heute ist natürlich das Thema Rücken, deswegen bleiben wir auch dabei. Also kann zum Beispiel eine durch den Beckenboden bedingte Beckenschiefstellung starke und auch schmerzhafte Auswirkungen auf unseren Rücken haben. Eine geschwächte Beckenbodenmuskulatur allgemein kann natürlich bei Belastung wie bei Training oder bei langer gleichbleibender Belastung im Alltag zu Schmerzen und Spannungen in der Rückenmuskulatur führen, weil die einen Teil übernehmen muss, für die sie eigentlich gar nicht gedacht ist. Und so dauer gestresst wird. Also das sind jetzt mal so zwei zu nennen und wohl vielleicht auch die häufigsten, eine Schwäche oder ein Ungleichgewicht im Beckenboden verursacht. Probleme, Zipper, manchmal sind es ja nur diese Zipperlein, die jeder von uns kennt, so nach langem Stehen und man so denkt, oder auch nach langem Sitzen, jetzt zwickt es mir aber in meiner Rückseite. Da wäre der Beckenboden die Lösung. Also wenn du schon, und das hast du vorher so schön gesagt, diese Kraft, die von innen kommt oder der wesentliche Teil der für die Körpermitte, wenn man es so möchte. Das hast du, glaube ich, gesagt, Körpermitte. Ja, das ist die Körpermitte. Körpermitte. Und eigentlich, wenn man das jetzt so mal sich vorstellt, ist es total naheliegend, dass wenn ich diesen funktionierenden Apparat haben möchte, dann muss ich mich um die Körpermitte in allererster Linie kümmern. So wie das Fundament für ein Haus wichtig ist. Ja, und ich kann das tollste Dach haben, wenn das Fundament brüchig ist, dann hält dieses Dach auch nicht. Und kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit so dieser Körpermitte, diese Kraft von innen, das Fundament? Ja, absolut. Das kann man so vergleichen. Wobei dieses Beispiel für viele natürlich hinkt, weil sie sagen, ja, aber die Basis sind doch meine Füße. Ich stehe doch auf meinen Füßen. Dem stimme ich natürlich zu. Jeder von uns steht auf den Füßen. Doch in unserem Körper mündet. Fragezeichen, genau. Jetzt sitzen wahrscheinlich viele, während sie diesen Podcast hören. Wobei, vielleicht gehen manche auch spazieren und sind auf ihren Füßen. Aber wir, das ist so wie, im Becken ist es eigentlich so, dort mündet alles. Also das bedeutet auch, unsere Beine, unsere Füße, die münden in das Becken. Unserem Becken entspringt unsere Wirbelsäule. Also es ist dieses nach oben und nach unten ausstrahlende. Darum haben wir im Beckenboden schon eine Basis, aber eine Basis, die nach unten und nach oben führt. Und diese Basis ist quasi wie auf diesen Stelzen auf unseren Beinen, aber dennoch ist es unsere Basis. Also ich glaube, sich um den Beckenboden zu kümmern, nicht nur Gedanken zu machen, sondern sich darum zu kümmern, das gibt ganz viele Gründe, die wir schon gehört haben, warum. Nur, wie kann ich jetzt diesen Beckenboden aktivieren? Vielleicht mal im Vorfeld die Frage, jetzt habe ich ja schon viel von euch gehört, gerade von Karin und von dir zum Thema Beckenboden. Und viele, die den Podcast hören, hoffentlich auch. Und oft hat man eben Beckenboden in anderen Zusammenhängen gehört. Ja, wie jetzt zum Beispiel auch bei Rückbildungskursen oder eben beim Älterwerden oder sonstige Probleme, die der Beckenboden verursacht. Jetzt im Zusammenhang mit dem Rücken, unterscheidet sich denn jetzt mal ganz grob gesagt, bevor wir auf Inhalte oder was auch immer gehen, unterscheidet sich die Art und Weise der Aktivierung des Beckenbodens, des Beckenbodentraining, welches Ziel ich verfolge? Oder kann ich davon ausgehen, dass, wenn ich mich um meinen Beckenboden kümmere, dass das positiven Einfluss auf alle Bereiche hat? Oder muss ich so ein bisschen unterscheiden, so wie beim Training? Möchte ich Cardio, gehe ich eher joggen oder aufs Fahrrad? Möchte ich Kraft, nehme ich eher eine Handel in die Hand? Ist es auch da ein Unterschied oder ist das alles eigentlich gleich? Eigentlich ist es alles gleich. Denn das Wesentliche ist, dass wir den Beckenboden überhaupt erst mal wahrnehmen, ihn verstehen und trainieren. Und dann kann er seine Funktion erfüllen. Wenn wir zum Beispiel Cardiotraining machen, entscheiden wir uns ja auch bewusst dafür, wir wollen jetzt Ausdauertraining machen, wir wollen jetzt Joggen gehen. Wenn ich eine Handel in die Hand nehme, dann will ich meinen Bizeps kräftigen. Da entscheide ich mich bewusst dafür. Den Beckenboden nutzen wir in unserem Training ja gar nicht so bewusst. Das passiert eigentlich mehr automatisch. Und es ist ja auch gut, dass dieser Beckenboden, gerade was das Thema Kontinenz und so weiter angeht, ist es ja auch wichtig, dass dieser Beckenboden auch arbeitet, wenn wir ihn nicht bewusst dazu nehmen. Es wäre schlimm, würde er es nicht tun. Also er arbeitet oft, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Er arbeitet aber auch falsch oder zu wenig oder gar nicht, wenn wir uns überhaupt nicht um ihn kümmern. Das bedeutet, sich um ihn zu kümmern, ihn zu trainieren, hat positive Auswirkungen in alle Richtungen. Auf das Kardiotraining, auf das Krafttraining, auf meinen Rückenweh. Sag noch mal ganz kurz, wenn wir gerade noch beim Anfang sind und du hast schon von Beckenbodenschichten, ich habe mir gerade notiert, die unterste Muskelschicht oder eine sehr tiefe Muskelschicht. Bevor wir jetzt noch mal so in diese praktische Abläufe gehen, kannst du uns noch mal kurz mitnehmen, wie der Beckenboden aufgebaut ist? Vielleicht für die, die jetzt auch die anderen Folgen noch nicht gehört haben oder für die, die sagen, ja okay, irgendwie da gab es mehrere Schichten, aber so wirklich blicke ich es gerade nicht mehr. Ich glaube, es schadet nicht, wenn man es noch mal hört. Nein, es schadet gar nicht, es schadet nie und natürlich sehr gerne. Also ich finde es immer sehr einfach, wenn man den Beckenboden sich wirklich mit diesem knöchernen Becken auch erklärt oder vorstellt. Also jeder, der jetzt auch gerade diese Folge hört, kann ja auch mal kurz sein Becken anfassen. Also so diese Beckenschaufeln an der Seite, die kann eigentlich jeder ganz gut greifen. Und was man auch super gut spüren kann, je nachdem, wo du gerade bist, kannst du das auch machen. Du kannst dich entweder mal auf deine Sitzhöcker da so drauf rumwackeln, diese Knochen ganz unten, auf denen man draufhockt, die kann man auch sehr gut greifen. Auch sehr gut spüren kann man sein Schambein, das ist dieser Knochen vorne am Becken. Also wenn man diese Punkte hat, dann hat man eine ungefähre Vorstellung, okay, da irgendwo in diesem Bereich ganz, ganz unten tief müssen meine Beckenbodenmuskelschichten liegen. Und wir sprechen hier von diesen drei Schichten, die wir haben. Also erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, wir benennen sie der Einfachheit halber auch ganz genauso. Und diese drei Schichten kann ich auf unterschiedliche Arten aktivieren, auf unterschiedliche Arten anspannen. Sollen wir das gerade einmal für alle zusammen machen? Machen wir es zusammen? Machen wir es zusammen, gut. Also wir haben die erste Schicht, das ist die äußerste Schicht. Und die spannen wir auf eine ganz simple Art und Weise an, die jeder von uns kennt schon auch schon mal gemacht hat. Wir schließen unsere Körperöffnung. Also Pipi anhalten, Pups verklemmen, was auch immer. Das hört sich total blöd für die meisten an, aber tatsächlich spannen wir in dem Moment unsere erste Beckenbodenschicht an. Alles zusammenklemmen, alles zusammenziehen. Das ist die erste Schicht. Gerne wieder loslassen, wenn du das zu Hause probierst. Diese Schicht ist für viele die einfachste. Die zu spannen, die anzuspannen in der Beckenbodenspannung, wenn wir sie halten wollen, ist es aber gerne die, die als erstes auch wieder abhaut. Also wenn wir alle drei Schichten dann anfangen, meistens ist es so, wenn man noch nicht so gut geübt ist, ist die erste Schicht, die am schnellsten wieder verschwindet. Die muss man immer wieder einfangen. Das ist die erste Schicht. Die zweite Beckenbodenschicht, die ist die in der Mitte. Und hier sagen wir, dass wir unsere Sitzknochen, diese Knöcher, diese Höcker, auf denen wir sitzen, dass wir die einander annähern. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, als wäre zwischen diesen beiden Sitzhöckern ein Gummiband gespannt und wir versuchen, dieses Gummiband so zusammenzuziehen und wieder loszulassen. Für viele ist diese Schicht die schwierigste. Auch hier wirklich einfach bewusst so ganz, ganz tief. Also ich bin gerade drauf gesessen. Du hast auch vorhin gesagt, drauf sitzen. Genau. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man die Hände drunter legt. Genau, wenn man wirklich sitzt und die Hände drunter legt und dann kann man, ja, und dann kann man spüren. Für viele ist hier oft die Frage, ja, darf ich denn meinen Popo nicht anspannen? Also das Ziel ist tatsächlich, dass sich der große Gesäßmuskel nicht anspannt, sondern dass wir ganz, ganz klein und tief innen diese Spannung erzeugen. Das ist eigentlich ein ganz, oder nicht nur eigentlich, es ist ein ganz anderer muskulärer Bereich. Es ist ein ganz anderer muskulärer Bereich. Ja, das ist so, definitiv. Das macht es ja auch so schwierig. Deshalb ist es vielleicht auch so gut, immer mal wieder dieses Thema anzusprechen und auch diese Schichten nochmal anzusprechen. Weil eins, zwei, drei haben sicher schon viele gehört. Aber ich glaube, wenn man die Frage stellen würde, wo ist denn zwei, was ist denn jetzt die Aufgabe, dann wird es schwierig. Dann wird es sehr schwierig, genau. Deshalb ist es gerade gut, weil es so wenig greifbar ist, zum Beispiel der Po so dominant in dem Bereich, aber es geht gar nicht um den. Nee, um den geht es eben überhaupt nicht. Das ist echt witzig. Und erfordert wirklich so eine Differenzierung auch von diesem ganzen Becken-Bauch-Rücken-Bereich. Und so eine Bewusstheit. Also das finde ich eh toll, bewusst in den Körper reinzuschauen. Dann schauen wir gerade noch auf die dritte Schicht. Genau, die fehlt uns noch. Und für Rückenschmerzen würde ich sagen, ist das eine der wichtigsten. Die Schicht 3 spanne ich dadurch an oder aktiviere ich dadurch, dass ich mein Schambein meinem Bauchnabel annähre. Wenn du das jetzt zu Hause probierst, dann wirst du automatisch merken, wie in deiner Lendenwirbelsäule Länge entsteht. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde das Steißbein Richtung Boden sinken, als würde es eine Weite im Iliosakralgelenk geben, was sich oft ja so starr auch anfühlt. Und der Unterbauch wird flacher. Das ist die dritte Schicht. Schambein zum Bauchnabel heranziehen. Nicht zu verwechseln mit den Bauchmuskeln stark anspannen. Nein. Weil wenn ich jetzt hier den Bauch stark anspann, dann habe ich wieder dieses Bauch-Po-Problem, wo große, markante, starke Muskeln durchleiten. Und das ist vielleicht, was du gerade sagst, ist wahrscheinlich der Aufhänger zum Beckenboden wirklich gezielt ansprechen. Weil ich nur sage es gerade, große, starke Muskeln. Der Beckenboden hat kleine, feine Muskeln. Dadurch sind die Bewegungen, die er auslöst, auch sehr klein und fein. Nicht minder von Bedeutung. Im Gegenteil. Die Bedeutung dieser kleinen, feinen Bewegung ist enorm. Nicht zu unterschätzen. Aber sobald ich eine riesige Beckenbewegung verursache, wenn ich die dritte Schicht anspanne, kann ich davon ausgehen, dass ich mit meinen großen Muskelgruppen gearbeitet habe. Zum Beispiel mit der Bauchmuskulatur, um dieses Becken wie nach vorne zu kippen. Und die dritte Schicht, wenn ich die aktiviere, ist das eher eine ganz kleine, feine Bewegung. Jetzt sind das diese Übungen, das fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht dem einen oder anderen auch, der einen oder anderen auch, dass ich während dem Autofahren solche Übungen beispielsweise auch gut machen kann, so im Alltag. Das kann man wirklich einbauen. Zwinker, Zwinker. Genau. Die Insider wissen Bescheid. Wie kann ich jetzt das aber auch in mein Training einbauen? Also was ich schon spannend finde und was man direkt merkt, ist diese dritte Schicht. Wie du gesagt hast, Lendenwirbelbereich wird lang. Das ist ja auch oft etwas, gerade wenn man lange steht. Gerade auch wenn viele Frauen in hohen Schuhen stehen oder Männer auf harten Sohlen lange, dann tut ihnen der Lendenwirbel weh. Und man hat das Bedürfnis, diesen zu entlasten. Diese Bewegung, von der du gerade gesprochen hast, ist ja wirklich da eine Entlastung. Es nimmt ein bisschen Spannung raus aus dieser vielleicht ungünstigen Beckenposition. Ja genau, also das ist wirklich die wichtigste Übung, die ich den Menschen empfehle, die an Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich leiden. Dass sie Übungen oder Beckenbodentrainingsübungen machen, die den Fokus auf diese dritte Schicht legen, die den Lendenwirbelbereich entlasten und den Beckenboden kräftigen. Das Ziel ist ja, was passiert bei der dritten Schicht, ich ziehe mein Schambein zum Bauchnabbel, eigentlich richte ich mein Becken auf. Also wenn wir das im Stehen machen, dann schieben wir unser Becken in so eine Aufrichtung. Und das Ziel wäre, dass ein gut trainierter Beckenboden diese Aufrichtung auch während der Belastung hält. Dass es eben nicht zu dieser Verkürzung in der Rückseite kommt, die dann weh macht irgendwann. Aber wenn ich jetzt diesen Rückenschmerz habe, weil ich eben zu lang dieser Belastung ausgesetzt war. Viele kennen das auch wirklich nach dem Training, zum Beispiel nach dem langen Joggen oder so. Viele sagen, jetzt ist mir so eng in der Lendenwirbelsäule. Was mache ich denn jetzt? Da empfehle ich Übungen wie die Hip Bridge, die wir kennen, oder auch geführtes Hohlkreuz und Katzenbuckel mit dem Fokus auf dem Beckenboden. Also die Spannung des Beckenbodens leitet die größere Bewegung des Hüfthebens oder diese größere Bewegung des Katzenbuckels ein. Und nicht wie beim klassischen Training, bei dem ich jetzt eine Hip Bridge mache und mir geht es eben um den Gesäßmuskel oder mir geht es um die Beinrückseite. Für die, die jetzt mit Hip Bridge nicht so viel anfangen, dann stellt euch vor, ihr liegt auf dem Rücken, stellt die Füße auf und hebt dann das Becken ab, übt Druck auf die Fußsohle oder auf die Ferse auf und dann ist der Druckpunkt eigentlich der obere Teil der Schulterblätter und Nacken und die Ferse. Und das Becken schiebt Richtung Decke, das ist die Hip Bridge. Genau, das ist die Hip Bridge im klassischen Sinne eigentlich. Die Beckenboden-Hip Bridge, die ist so ein bisschen anders. Wenn wir also in dieser Rückenlage mit aufgestellten Füßen liegen, bevor wir diesen Druck mit den Füßen in den Boden geben, um das Becken in die Luft zu heben, aktivieren wir erstmal diese ganzen drei Beckenbodenschichten. Also wirklich eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, Körperöffnung schließen, Sitzhöcker zusammen, Schambein zum Bauchnabel. Und in dem Moment, wo ich diesen Beckenboden aktiviert habe und das Schambein zum Bauchnabel heranziehe, die dritte Schicht, wird jeder wahrscheinlich feststellen, der untere Rücken liegt auf dem Boden auf, berührt. Und jetzt ist die Vorstellung bei der Beckenboden-Hip Bridge, dass ich diese dritte Schicht intensiviere, also ich ziehe nach. Die Vorstellung ist, dass mein Schambein mehr und mehr und mehr zum Bauchnabel zieht und aufgrund dessen beginnt sich mein Becken nicht zu heben, sondern ich nenne es eigentlich, das Becken rollt sich Wirbel für Wirbel nach oben. Und oben angekommen, am höchsten Punkt, kann man die Spannung ruhig auch mal loslassen, um einfach zu spüren, es ist ganz, ganz anders, ob ich den Beckenboden mit dabei habe oder nicht. Dann bewusst aber vor dem Abrollen alle drei Schichten wieder einfangen oder einsammeln und unter Spannung Wirbel für Wirbel zurückrollen und mit dem Aufkommen des unteren Rückens auf dem Boden dann wirklich auch alle drei Schichten loslassen. Wie oft würdest du so eine bewusste Wiederholung machen, gerade mit dem Aktivieren der Schichten, mit der Langsam-Ausführung? Ich glaube, das ergibt sich jetzt schon raus, auch wenn wir uns das jetzt alle vorstellen, dass das jetzt keine dynamisch-hektisch-schnelle Bewegung ist, sondern sehr konzentriert, bewusste, langsame Bewegung. Wie ist da die Trainingsempfehlung, der Wiederholungsumfang? Weißt du, wie man sonst noch oft sagt, mach es 15, 20 Mal, drei Durchgänge, wie gehe ich da vor, dass ich einen Effekt erwarten kann? Genau, also da gibt es eigentlich keine Richtlinie. Du solltest das unbedingt so und so und so oft machen. Ich empfehle natürlich, dass man diese Übungen, wenn man sich schon die Zeit dafür nimmt, ganz bewusst diese Becken-Boden-Trainingsübungen zu machen, die zu wiederholen. Drei- bis fünfmal, auf jeden Fall, ist aber keine Pflicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man keinen Effekt hat, wenn man es weniger macht. Es ist aber natürlich so, dass das Bewusstsein für den Becken-Boden steigt, umso öfter man es macht. Was nicht nur mit der Übungswiederholung zu tun hat, sondern vielmehr mit der Bewusstheit und mit dem Wahrnehmen des Beckenbodens. Eigentlich ist es, das Ziel auch in unserem Becken-Boden-Intensiv-Coaching ist unser Ziel, dass der Becken-Boden ins Bewusstsein rutscht. Und alles, was wir uns bewusst machen, das nutzen wir auch. Ja. Wenn ich mir über meinen Becken-Boden bewusst bin und weiß, wie er funktioniert und weiß, welche Vorteile er für mich hat, dann denke ich auch viel, viel öfter daran und setze ihn auch viel öfter bewusst ein. Von dem her möchte ich eigentlich, auch weil es sehr individuell ist, auch die Beschwerden. Manchen tut es wirklich gut, wenn sie nach dem Training zwei-, dreimal diese Hip-Bridge machen und dann reicht es ihnen für den Effekt schon. Andere möchten lieber ganz gezielt so eine Übungseinheit mit Becken-Boden-Übungen machen. Anderen hilft es schon enorm, wenn sie beim Zähneputzen und im Auto immer wieder ihre Becken-Boden-Schicht anspannen und so merken, was für eine wundervolle Entlastung es auf ihre Rückseite gibt. Ich höre die Aktivierungsempfehlung, die Trainingsempfehlung in Anführungszeichen, die sind bei vielen Themenbereichen, die den Becken-Boden betreffen, gleich. Jetzt auch wieder hier beim Rücken und das ist aber ja schön, weil ich somit durch die ähnliche Art und Weise der Bewegung, der Aktivierung eben viele unterschiedliche Effekte erwarten kann. Und ich muss jetzt eben nicht, und das finde ich eigentlich eine tolle Erkenntnis, ich hoffe, euch geht es ähnlich, wenn ihr diese Folge jetzt hört, dass ich jetzt nicht für das Ziel Becken-Boden und Rückbildung oder Becken-Boden und Kontinenz, Becken-Boden und Rücken, dass ich nicht viele verschiedene Trainingsformen machen muss, sondern ich muss einfach nur den Becken-Boden wirklich wahrnehmen, ihn aktivieren und kann dann erwarten, dass der positive Effekt in ganz viele Bereiche meines Körpers mehr spürbar wird. Definitiv. Deswegen für mich ist Becken-Boden-Training tatsächlich das Training zu der Steigerung von einem allgemeinen Wohlbefinden. Und das hat Auswirkungen in jedem Bereich. Aber ich finde es gerade toll, dass wir es jetzt auch im Zusammenhang mit dem greifbaren Rückenthema, oder dass du es vor allen Dingen in diesen Zusammenhang stellst. Denn das ist natürlich etwas, worüber viele sprechen und jeder irgendeine persönliche Geschichte hat. Und wenn du nochmal einen Tipp kriegst, wie du vielleicht dieses Thema besser für dich in den Griff kriegst, dann ist jeder dankbar. Und wenn man jetzt auch den Zusammenhang Becken-Boden und Rücken jetzt für sich versteht, Ich glaube, da sind viele happy, dass man gerade mit solchen einfachen Übungen, mit dem Sitzen und dem Aktivieren oder mit dem Liegen und dem Bewussten Aktivieren, da vielleicht nochmal eine Hilfestellung kriegt. Das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis. Wir haben das Becken-Boden-Training auch schon für unterschiedliche Altersgruppen thematisiert, dann auch mit anderen Ansätzen. Aber das sind ja auch Trainingsformen, die kann wirklich jeder machen. Frau, Mann, Alt, Jung, man muss es nur machen. Unbedingt, ja. Also Becken-Boden-Training ist absolut für jedes Alter geeignet, egal ob männlich, weiblich, ob alt, ob jung, auch egal in welchem Alltag man selber steckt. Ob man jetzt als junger Mann im Sitzberuf oder junge Frau im Sitzberuf oder als Mami mitten in ihrem Alltag oder als Senior, egal in welcher Lebenssituation man steckt. Becken-Boden-Training ist wichtig für alle und Becken-Boden-Training lohnt sich auch für alle. Sag nochmal bitte in einem praktischen Zusammenhang, wir haben gerade schon von der Übung der Hip-Bridge zum Beispiel gesprochen, die ganz gleich noch, vielleicht gibt es auch noch eine weitere Übung, die man so schön ins Training oder in den Tag einbauen kann. Aber wenn wir bei der Hip-Bridge jetzt gerade bleiben, bei der beckenbodenorientierten Hip-Bridge, wie würdest du sie jetzt in dein Training einbauen? So ein ganz einfacher, praktischer Ablauf. Ich habe vielleicht meinen Aufwärmen, dann gehe ich in den Kurs, danach möchte ich noch ein bisschen Bauchtraining machen vielleicht und möchte mich noch ein bisschen mit der Faszienrolle ausrollen, weil man auch diese Wichtigkeit und den Stellenwert in unserem Podcast schon gehört hat. Und dann habe ich aber noch das Bedürfnis, meinen Beckenboden zu aktivieren. Mache ich jetzt, ganz blöde Frage, mache ich jetzt den Beckenboden, bevor ich mit der Faszienrolle arbeite oder danach kann ich mit der Faszienrolle vielleicht den Lendenwirbel, die Lendenfaszie schon mal ein bisschen geschmeidiger machen, damit ich dann irgendwie dadurch einen Vorteil im Beckenbodentraining habe? Hast du uns da noch einen Tipp, wie man das so in eine richtige Reihenfolge bringt? Also die richtige Reihenfolge ist, die Beckenboden immer dabei haben. Das wäre ja klar, dass jetzt sowas kommt. Das war klar, dass das so kommt. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht für viele so, was? Es geht darum, schon während dem Aufwärmen, nehmen wir an, du wärmst dich auf dem Crosstrainer auf, dann denk an deinen Beckenboden, nimm ihn dazu, aktiviere ihn, denke immer wieder Schicht 1, 2, 3. Danach gehst du in deinen Kurs CX zum Beispiel. Körperspannungstraining. Körperspannungstraining. Wo ist meine Körperspannung, wenn nicht in unserer Mitte? Also bei jeder Übung, bei jedem Crunch, den wir machen, bei jedem Brett, das wir halten, bei jedem Squat, den wir machen, Beckenboden mit dazunehmen. Danach, was hattest du gesagt, dann kommt das Bauchtraining. Nachdem sehe ich schon mal das Bauchtraining her. Ich war jetzt bei einem schönen… Du warst bei einem Yoga oder sowas? Genau, oder bei einer Fitnessgymnastik oder sowas. Nein, weil es oft ja dann auf dem Boden nochmal Kräftigungsübungen gemacht werden. Ja, stimmt. Also selbst wenn du vorher in einem ganz anderen Kurs warst, also auch Fitnessgymnastik oder Yoga, was auch immer. Oder eben gerade Rückenfitness. Ja, ein Kurs, wo wir ja ganz gezielt auf den Rücken gucken. Auch hier bei jeder Übung den Beckenboden. Anspannen, vorspannen, ihn als Starter für jede Übung zu sehen. Das macht Sinn. Und danach, wenn ich dann die Bauchmuskelkräfte im freien Training auf der Matte, bietet es sich natürlich an, wenn ich zum Beispiel in Rückenlage bin und meine Crunches mache, hier dann die beckenbodenorientierte Hipbridge auch als ganz wunderbare Gegenbewegung einzubauen. Die Faszienrolle finde ich persönlich immer super. Also die ist eine Wohltat. Und gerade im Lendenwirbelsäulenbereich, wenn ich natürlich einen Rückenweh habe, lohnt es sich, das noch da zusätzlich zu kombinieren. Also ich brauche mir da gar keine Sorgen machen, dass ich irgendwie eine falsche Reihenfolge mache. Das Einzige, was ich falsch machen kann, ist, wenn ich es nicht mache. Genau, definitiv. Okay, perfekt. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Dann kann man eben auch einfach ja durchstarten. Und muss sich jetzt nicht groß überlegen, mache ich das richtig, mache ich es falsch, wie kann ich es noch besser machen? Einfach machen. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Es ist nichts. Beckenbodentraining lässt sich optimal in das Training, das wir eh schon machen, integrieren. Man braucht eigentlich gar keine zusätzliche Zeit. Und gerade wenn ich gezielt was für meinen Rücken tun möchte, was viele dann ja auch in einem besonderen Rückentraining machen, dann lohnt es sich einfach, in diese Rückenübungen den Beckenboden mit einzubauen. Jetzt haben wir viel vom Rücken und vom unteren Rücken gesprochen. Und was mich jetzt schon so abschließend noch interessiert, was ich jetzt eben konkret erwarten kann vom Beckenbodentraining in Bezug auf den Rücken. Kann ich jetzt nur erwarten, dass ich den Lendenwirbelbereich entlaste oder wie? Weil Rücken, also Beckenboden und Lendenwirbel, das ist jetzt natürlich schon auch so auf einer ähnlichen Ebene, wenn man so möchte. Was kann ich darüber hinaus erwarten? Wie wirkt sich das Beckenbodentraining auf den Rest auch von meinem Rücken bis hin zum Nacken? Gerade Frauen, wir haben oft Nackenprobleme. Du hast es vorher schon mal kurz thematisiert. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Also wenn wir unseren Beckenboden trainieren, dann bringen wir unsere ganze Beckenmuskulatur ja wieder in ein Gleichgewicht, eigentlich in einen Einklang. Ganz oft haben wir in diesem Beckenbereich ein Ungleichgewicht, der zu einer Fehlstellung des Beckens eigentlich führt. Und diese Fehlstellung, die stresst natürlich die umliegenden Muskelketten, überfordert sie, unterfordert sie. Und somit haben wir, wenn wir gezieltes Beckenbodentraining machen, eine Folge auf unsere gesamte Aufrichtung. Wenn ich meinen Beckenboden aktiviere, dadurch die Lendenwirbelsäule entlaste, wird meine gesamte Wirbelsäule länger. Zur Folge haben wir, dass die Schultern sinken können. Und das hat zur Folge, dass sie sich entspannen. Der Nacken wird weit. Und das ist neben diesem Lendenwirbelbereich vielleicht der wohltuendste Effekt auf die Rückseite, diese entspannten Schultern. Und diese feine Aufrichtung, möchte ich auch sagen, die dadurch entsteht. Das Brustbein hebt sich, die Schultern sinken, der Kopf ist entspannter, wenn ich meinen Beckenboden erlaube, seine Arbeit zu tun. Das ist unglaublich spannend. Und ich finde, um diese Zusammenhänge herzustellen, braucht es Zeit. Einerseits es auch zulassen zu wollen, es verstehen zu wollen, als derjenige, der vielleicht schon seit Jahren Rückenschmerzen hat und es eigentlich immer nur im Zusammenhang ausschließlich mit dem Rücken bringt und mit sonst nichts. Und es braucht Zeit, es zu erklären, darauf einzugehen, die Zusammenhänge klarzumachen. Und da ist auf der Trainingsfläche, wir nehmen uns häufig die Zeit in der Praxis, darauf einzugehen. Da sind die Intensivcoaching-Kurse natürlich ganz, ganz wichtig. Aber ich finde, merke immer mehr, wie dieser Kanal des Podcasts es eben möglich macht, diese spannenden und unglaublich wichtigen Zusammenhänge so ausführlich zu erklären. Und immer wieder, so ging es mir jetzt auch, wenn ich das Thema schon häufig gehört habe, immer wieder doch so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis zu haben. Gerade im Zusammenhang Beckenboden und Schulter sinken tief. Wie viele Frauen sagen mir auf der Trainingsfläche, dass sie Verspannung im Nacken- und Schulterbereich haben. Und auch ich diesen Ansatz nie so auf dem Schirm hatte. Das ist total faszinierend. Das ist wirklich spannend, ja. Auch der Zusammenhang, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, der Zusammenhang von unserem Zwerchfell und unserem Beckenboden. Der Zwerchfell, unser Atemhöfsmuskel, der auch eine direkte Verbindung zu unserem Beckenboden hat, wo wir dann auch, wenn wir unser Beckenbodentraining in unser Training integrieren und das dadurch uns wirklich zur Gewohnheit machen, dann können wir auch hier eine Entlastung, eine tiefere Atmung erwarten. Und die hat wiederum auch Auswirkungen auf unseren Schulter-Nacken-Bereich. Weil wie viele von uns atmen nur oben, nur im Brustkorb. Du ziehst jetzt gerade schon automatisch die Schulter hoch. Ich ziehe automatisch meine Schultern hoch, wenn ich nur darüber spreche. Dadurch ziehen wir unsere Schultern hoch, bringen automatisch Spannung in diesen Hals-Rachen-Berust-Bereich hinein. Und durch das Beckenbodentraining können wir diese Verbindung verbinden eigentlich. Denn dieses Zwerchfell ist wie dieser Übertritt. Und wir können tiefer atmen, wir können entspannter atmen. Unsere Schultern auch hier wieder entlasten sich. Also es ist unglaublich spannend und es lohnt sich so sehr, sich damit eingehender auseinanderzusetzen. Und es braucht ja nicht viel Zeit. Wir haben es gerade schon von dir gehört. Es ist eher dieses Bewusstmachen. Ich erinnere mich, die Karin hat das auch so schön gesagt. Eben, dass es sehr stark darum geht, einfach dieses Thema nicht zu vergessen. Genau. Das Thema im Hinterkopf zu haben. Und du sagst es auch schon, man muss es nicht extra einplanen, sondern bei jeder Übung kann man den Beckenboden mitnehmen. Das finde ich auch eine schöne Erkenntnis. Jetzt fehlt mir aber noch ein wichtiges Thema. Ja. Und auf das freue ich mich ganz besonders. Eigentlich arbeite ich darauf schon die ganze Zeit jetzt hin. Bitte, warum sollen wir den Hüftschwung denn in unseren Alltag einbauen? Was meinst du mit Hüftschwung? Nimm uns da mal bitte kurz mit. Hüftschwung. Ja, Hüftschwung ist super wichtig und super schön für unseren Beckenboden. Und ein absolut lohnenswertes Tool, nenne ich jetzt mal, um unseren Beckenboden auf eine ganz natürliche Art und Weise zu trainieren. Leider fühlt sich für uns dieser Hüftschwung oft gar nicht so natürlich an. Gleichzeitig tut er aber doch jedem gut. Also ich glaube, niemand würde sagen, es macht keine Freude oder es ist nicht witzig oder spaßig, wenn man mal seine Hüfte ein bisschen schwingen lässt. Am einfachsten funktioniert es natürlich zu irgendeiner Musik, die man gerne mag. Oder am allereinfachsten funktioniert es natürlich in Kursen, wie zum Beispiel Zumba oder so was. Solche Kurse, in denen man die Hüfte auch einfach gerne und gut schwingen lassen kann. Aber warum, was hat das jetzt mit Beckenboden zu tun? Das fragen sich jetzt sicher einige. Wenn ich mein Becken bewege, bewege ich meinen Beckenboden. Denn es gibt ja diese ganz einfache Regel, Muskeln wollen Knochen bewegen. Das ist ihre Aufgabe. Also unser Beckenboden will das Becken bewegen. Das will er tun. Und wenn ich jetzt einfach mein Becken auf eine ganz natürliche Art in alle möglichen Richtungen schwinge, kreise, kippe, drehe, dann lasse ich meine Beckenbodenmuskeln arbeiten. Ohne mir jetzt diese Gedanken zu machen von erster Schicht, zweiter Schicht, dritter Schicht. Sondern sehr natürlich, sehr fließend, sehr weich, sehr freudvoll hoffentlich für die meisten. Es macht einfach auch vielen Freude und Spaß. Und dadurch erreiche ich, dass mein Beckenboden voll in Aktion tritt. Mein ganzer Beckenbereich stärker durchblutet wird. Und es kommt für viele direkt zu einer spürebaren Entlastung, zu einer spürbaren Gelockertheit im Becken. Also in meinem oder in unseren Intensivkursen erleben wir das wirklich, wenn wir diese Einheiten haben, in denen wir wirklich einfach mal zu lateinamerikanischer Musik unseren Po hin und her wackeln. Erstmal macht es Spaß ohne Ende. Es macht gute Laune. Es macht super gute Laune. Und danach ist wirklich die allgemeine Reaktion, boah, fühlt sich das gut an. Und darum, Leute, Hüfte schwingen. Was immer es geht für gute Laune. Ja. Das ist jetzt gar nicht so unangebracht im Moment, dass wir eben auch unsere gute Laune-Punkte haben. Und es lockert auf. Ja, das ist das richtige Wort. Es lockert auf. Es lockert diesen ganzen Beckenbereich und hat für Menschen, die eben so ein Weh haben im Rückenbereich, in dem hinteren, unteren Rückenbereich. Aber wie wir es gerade schon gesagt haben, auch in der Schulter hat es einfach eine ganz entspannende, befreiende Wirkung. Und tendenziell ist es ja so, gerade jemand, der im Lendenwirbelbereich einen Schmerz hat oder einen Druck spürt oder eine Spannung spürt, das führt oft dazu, dass sie sich dann noch weniger bewegen. Ja, das ist natürlich. Dass diese Spannung dann noch mehr zu Stillstand führt. Und das ist gerade eigentlich das Gegenteil von dem empfohlenen Hüftschwung ist, den du gerade empfiehlst. Absolut. Also du animierst da durchaus, ja, locker machen. Ja, genau. Ich animiere zur Bewegung, gerade wenn man Rückenschmerzen hat. Und ich animiere zur Hüftbewegung. Zur Hüftbewegung. Wenn man Rückenschmerzen hat. Und ich verstehe das. Es ist sehr nachvollziehbar, dass wenn da ein Schmerz ist oder ein ungutes Gefühl, es hat ja dieses Gefühl von Enge und von Starre auf dieser Schmerz. Also es ist ja kein Gefühl von Weichheit oder Lockerheit. Da ist die Tendenz natürlich naheliegend. Ich halte das zusammen. Ich bewege möglichst wenig. Natürlich ist das ein logisches Denken. Meiner Ansicht nach führt es aber leider nicht zur Besserung, sondern eben zum Gegenteil. Das ist die Negativspirale. Ja, es ist diese Negativspirale. Und um die zu durchbrechen, braucht es eben gute Musik und einen Hüftschwung. Punkt. Ein mega toller Abschluss. Ich glaube, das lassen wir jetzt noch ein bisschen nachklingen. Und nehmen ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse wieder mit. Gerade dieser unglaubliche Stellenwert von Beckenboden auf den gesamten Körper, den gesamten Organismus. Wie toll und praktisch man Beckenbodentraining aber auch in den Alltag einbauen kann, auch ins eigene Training einbauen kann. Wie stark der Zusammenhang Beckenboden und Rücken und vor allen Dingen ein Aha-Erlebnis für mich eben Schulter und Nacken. Und ich hoffe, dir geht es genauso, wo du jetzt zuhörst und das Gefühl hast, was toll. Ich habe nochmal eine Möglichkeit, ein Tool, wie du es genannt hast, ein Werkzeug, wie ich Spannung nehmen kann aus meinem Körper und sogar auch da noch meine Laune verbessern kann, indem ich mit guter Musik den Hüftschwung genieße. Steffi, vielen Dank für den tollen Podcast. Hat mich sehr gefreut. Danke, es war mir auch eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über dein positives Feedback und über eine Bewertung. Natürlich kannst du auch ganz einfach den Podcast an Freunde und Bekannte weiterleiten, wenn du das Gefühl hast, dass dir das Thema interessieren könnte. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten interessanten Folge. Bis zum nächsten Mal.